Musik Willkommen zur Katzenvermittlung für November und Dezember. Wie immer wollen wir euch auch diesen Monat einige Katzen vorstellen, die bei uns im Tierheim Hannover auf ein neues Zuhause warten. Und wir fangen hier an mit dem Felix, der nun so absolut mein Beuteschema ist. 2010 geboren und er ist so ein kleiner Mistbock. Naja, wie man es nimmt. Kleiner, ganz kleiner. Eigentlich ist er ja ein ganz lieber Kerl, aber er ist schon recht selbstbewusst und er weiß auch, was er will. Wenn es ums Fressen geht, kennt er kein Pardon. Nee, deswegen hast du schon ein Pflaster. Wir haben die Tüten jetzt auch weggelassen. Freigänger auf jeden Fall. Ja, also der Halter ist halt verstorben, deswegen ist er zu uns gekommen. Er ist auf jeden Fall ein Freigänger und er ist natürlich hier auch sehr frustriert, dass er nicht raus kann. Und er ist halt auch nur bedingt verträglich. Er sucht sich so seine Katzen aus, die er mag und nicht mag. Ja, so kann man es eigentlich sagen. Also wenn er merkt, er kann sich durchsetzen, dann nutzt er das auch aus. Aber ein absoluter Schmusekater. Nur beim Fressen kennst du kein Pardon. Keine Grenzen. Ja, überhaupt gar keine. Felix, ältere Kids wären okay, ne? Ja, Katzen erfahren sollten so sein. Wenn die was zu essen in der Hand haben, dann ist das, dass das dann nicht in die, ja, so aussieht wie bei dir dann. Infos zu dem roten Kater Felix gibt es direkt bei uns. Wir machen hier auch gleich weiter, ne? Ja, hier sind wir noch ein paar. Weiter geht es dann mit dem Mowgli. Der Mowgli, wo ist er denn? Mowgli ist weg. Mowgli ist gerade im Nebenraum, ja. Der Mowgli, 2008 geboren, schwarz-weiß ist er, mit schwarz-weißen Abzeichnungen. Nein, das ist der ganz schwarze, weißt du, mit dem weißen Halsfleck. Ach, das war's, genau. Ja. Ist er in August bei uns im Tierheim? Ist auch ein Freigänger. Der ist schon verträglich mit anderen Katzen, aber ihm behagen die ruhigeren eher. Also wenn die so schnell und huschig sind, dann sagt er, ach nee, da gehe ich mal aus dem Weg. So die ruhigeren Kameraden, das sind da jetzt seine Kumpels. Der ist lieb und verspielt. Ja, eigentlich sauberhaft. Ja, eigentlich sauberhaft. Wie du schon gesagt hast, auch hier wären ältere Kids okay. Ja, das wäre überhaupt kein Problem. Und ja, der ist eigentlich toll. Ganz toll. Wie ist das mit der Verträglichkeit? Und wie gesagt, mehr so die ruhigeren. Die ruhigeren, das sind seine Freunde. Wenn die zu ihm flippig sind, das behagt ihm nicht. Der Mowgli. Infos zu Mowgli gibt es natürlich auch direkt bei uns. Hier sind so viele Katzen, da ist man so ein bisschen abgelenkt. Bist du durcheinander. Wir machen weiter am besten mit dem Dreibein. Käpt'n Ahab? Ja, und du bist schon vorgemerkt. Du bist schon vorgemerkt, du darfst gar nicht. Du gehst nach Hause. Käpt'n Ahab, wer hat sich den Namen einfallen lassen? Das muss ich einfach mal fragen. Bei Käpt'n Ahab? Ja. Der ist gefunden worden. Und der ist ja ein Dreibein. Also ihm fehlt das eine Vorderbein. Und deshalb hat er jetzt Käpt'n Ahab. Aber der Felix nimmt leider die gesamte Fressalien auseinander. Warte, ich... Hilfe! Hilfe, ich bring's raus! Ja, das ist live. Ich mach mal alleine weiter. Der Käpt'n Ahab ist 2011 geboren. Und seit August bei uns im Tierheim. Da reicht eine Wohnung mit abgesichertem Balkon. Silke, ich kann's gleich weiter machen. Komm wieder her. Mach einfach weiter. Ich hab den Käpt'n Ahab schon angefangen. Wohin mit abgesichertem Balkon, hab ich gesagt. Er ist lieb und nett. Also mit dem Fressen, das klappt heute irgendwie überhaupt gar nicht. Nee. Scheiße, es ist die Kamera, dass ich anfangen kann. Da ist irgendwas rausgefallen. Und der Felix nimmt das gerade den Reste offensichtlich gerade auseinander. Wie gesagt, Essen, ne? Ja, also Käpt'n Ahab, jetzt aber Konzentration. Lieb, nett, Teenager. Auch kein Problem. Und... Nicht so ein kleiner Scheiß. ...gerne auch eine zweite Katze. Also vielleicht auch lieber ein Mädchen. Aber der ist schon verträglich und der würde sich sonst auch zu sehr langweilen in der Wohnung. Weil der sehr verspielt ist. Also der Käpt'n Ahab braucht auf jeden Fall eine zweite Katze. Teenager, okay, haben wir das gesagt? Haben wir auch gesagt. Haben wir auch gesagt. Chaos. Ich würde mir das heute auch umgeschnitten. Der Kameramann nickt, das kann also okay sein. Käpt'n Ahab. Älter haben wir gesagt, 2011 geboren. Aber, glaube ich, in der Nachhinein noch mal ein zweites Mal. Infos, du bringst den ganzen Laden hier durcheinander. Infos zu Käpt'n Ahab direkt bei uns unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Und weiter geht es dann mit dem Riki. Der Riki ist 2010 geboren, der graue Getigerte. Der hat sich jetzt versteckt. Das war ihm zu viel Drobe hier. Seit Ende September bei uns im Tierheim. Der ist gefunden worden im Treppenhaus in Rickling. Und da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Also wir denken eigentlich, dass es eher ein Freigängerkater ist. Aber er ist sehr unsicher und schüchtern. Also er braucht eine lange Eingewöhnungszeit. Er braucht eine längere Eingewöhnungszeit. Er verträgt sich auch gut mit den anderen Katzen. Wie gesagt, Felix bringt sie hier alle durcheinander. Genauso wie uns. Und deswegen... Wohnung mit Balkon? Reicht aus? Nein, nein. Ja, vielleicht. Also dann müsste aber auf jeden Fall eine Katze vorhanden sein. Und wie gesagt, da sind wir uns noch nicht ganz sicher, weil er ist halt wirklich noch so ein bisschen... Er kommt hier mit dem Tierheimalltag noch nicht zurecht. Er weiß noch nicht so... Dann kommt er an und wir schmusen und dann ist er wieder so, dass er... Oh Gott, böse Falle, was wollte er jetzt von mir? Dann huscht er weg. Also vermutlich doch eher ein Freigänger. Müsste man vielleicht ausprobieren, ne? Ja. Keine kleinen Kinder? Nein. Und auch wirklich erfahrene Leute mit einem sensiblen Händchen. Riki, Infos zu Riki, auch bei uns im Tierheim. Wir haben es diesmal wirklich vier Katzen und eine Katze schafft es wirklich alles aufzumischen. Ja, aber alle. Mensch und Tier. Mensch und Tier. Weiter geht's. Weiter geht's mit dem Nico. Der Nico muss doch von den anderen getrennt werden. Warum? Naja, du hast ja erlebt, was da für eine Chaosbande ist. Nico ist gefunden worden und kam unkastriert ins Tierheim. Er ist von 2010, also noch ein sehr potenter Kater. Und naja, und da bei den Jungs, da wollte er sich die Butter natürlich nicht vom Brot nehmen lassen. Also muss er hier im Moment im Vorraum der Ali-Mondas-Suite sitzen. Du siehst aber, zum Menschen ist das echt ein Traumkater. Der schmust, der schnurt, der ist wirklich super anhänglich, super süß, super lieb. Er braucht aber unbedingt Freilauf. Braucht Freilauf. Wir könnten uns vorstellen, dass es vielleicht mit einer Katze klappt. Also, dass man ihm auch zu einer weiblichen Katze vermitteln kann. Weil Freilauf sind es aber auch als Einzelkatze. Geht natürlich auch. Klar, gar kein Problem. Und ältere Kinder wären auch gar kein Problem, weil er buhlt regelrecht um Aufmerksamkeit. Er küsst einen, er schnurt, er krabbelt dir auf den Schoß. Man kann ihn halten wie so ein Baby. Also, er ist echt ein Süßer. Der Nico, er beschmuste alle. Jetzt wird der Kamerammer nochmal beschmust. Infos zu Nico gibt es direkt bei uns unter der unten eingeblendet, du musst mit allen schmusen, unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Weiter geht es mit der Gysi. Die Gysi ist 2008 geboren und seit August diesen Jahres bei uns im Tierheim. Sie braucht auf jeden Fall Freilauf. Ja, unbedingt. Sie möchte raus, sie zeigt es auch ganz deutlich, dass sie raus möchte. Sie ist auch eher eine Einzelkatze. Also, sie sitzt hier zwar mit den anderen zusammen, aber sie möchte so ungern teilen. Und sie ist auch sehr forsch und sehr dominant. Sie hat ihr das Sagen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, keiner mehr weiß zu wählen, wenn sie da ist, dann ist sie ja... Nein, sie möchte wirklich so ein bisschen der Mittelpunkt sein. Dennoch absolut nett und verschmust. Menschen gegenüber absolut traumhaft. Toll. Also, springt einer auf den Schoß, sie putzt dich, leckt dir die Haare. Sie küsst alles. Ja, und also wirklich ganz, ganz bezaubernd. Ich denke, wenn die als Einzelkatze mit Freilauf, der Halter wird restlos glücklich sein, ne? Total, ja. Also, sie verträgt sich auch gut mit Kindern. So, ab acht, neun Jahre wäre überhaupt kein Problem. Und sie möchte wirklich so, dass man sich mit ihr beschäftigt, dass man sie mit ihr schmust. So, sie möchte wirklich dieser Mittelpunkt sein. Sie ist eigentlich eine Traumkatze, ja. Sehr offen und süß. Ja, total, ja. Infos zu Gysi gibt es bei uns direkt im Tierheim und wir machen dann auch gleich weiter mit Schoko. Schoko ist 2012 geboren. Man sieht sie jetzt nicht dank Gysi. Ja, dank Gysi. Ja, also Maine Coon Mix, der heißt Schoko, weil sie so schwarz, schokobraun ist mit weißen Abzeichen. Und sie war anfangs sehr schüchtern, hat sich nur versteckt, war ganz so in sich gekehrt. Also Wohnung und Balkon wären da ausreichend. Aber sie braucht unbedingt eine souveräne Zweitkatze, aber auch eine nette. Also nicht eine Katze wie Gysi, die ihr die Butter vom Brot nimmt, sondern so eine richtig nette, die sie auch ein bisschen hervorlockt, ja. Katzenerfahrende Teenager, so ab zwölf Jahren, wären okay? Ja, wären okay. Und wenn sie auftaut, ist sie auch ganz schmusig. Also sie genießt es ja auch richtig, legt dann wirklich den Kopf ein. Man sieht das ja, wie du mit ihr gerade geschmust hast, wo ich dann aber Gysi ablenken musste. Dann funktionierte das auch optimal. Dann funktioniert das super, ja. Also wirklich auch ein ganz süßes Schätzchen, ja. Weitere Infos zu Schoko gibt es auch bei uns im Tierheim. Aufgrund der Katzenvermittlung vom Vormonat wurden bedauerlicherweise einige Katzen nicht vermittelt. Dass da im Einzelnen wären die freiheitsliebende Julischka, die schüchterne Seniorin, die Tess, dann das alte Siam-Mädchen Cizan. Ja, ich wollte den Namen immer nicht, ich weiß Cizan. Unser Sensibelchen Rosalie. Und unsere Sorgenkinder Zillie und Felix. Es geht noch weiter. Die beiden Jungkatzen, einmal die scheue Kate und das verrückte Äpfchen. Und dann zum Schluss der verfressene, aber restlos verschmuste Tender. Ja, und wo wir gerade bei Tender sind, deswegen filmen wir heute seinen Bruder, den Tex. Und da gehen wir jetzt hin. Das machen wir. Silke, du hattest gerade auf den Tex hingewiesen, den Bruder von Tender. Der Tex ist 2007 geboren. Erzähl doch erst mal ganz kurz die Geschichte mit Tender und Tex. Genau, die sind beide abgegeben worden im Mai wegen Überforderung. Saßen auch hier eine ganze Zeit lang zusammen, aber haben sich hier im Tieren überhaupt nicht mehr verstanden. Also haben sich wirklich geprügelt. Dann war sie zeitweilig getrennt, wieder zusammengeführt. Aber sie wollen sich nicht mehr. Keine Chance. Und jetzt sind wir zum Entschluss gekommen, der Tex allein als absolut als Einzelkatze und uneingeschränkten Freilauf. Das ist ja vielleicht mit einer Klappe oder so, Tag und Nacht, wenn er Lust hat, raus. Ja, also das wünscht er sich und das möchte er auch wirklich gerne haben. Aber er ist so am Anfang immer so ein bisschen schreckhaft. Dann ist er so, versteckt er sich. Aber er zaut sehr schnell auf. Und dann ist er der Schmusebär. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht, aber er wird die ganze Zeit hier von mir nebenbei mit Leckerlis versorgt. Und dann ist er so laut am Stoßen. Ja, man hört das bis hierhin. Er weiß nicht so wirklich, soll ich jetzt schmusen, soll ich jetzt fressen. Großartiger Kater. Ganz großartig. Also sind beides wirklich Traumkater, aber halt leider nicht mehr zusammen. Aber größere, katzenerfahrene Kinder wären auch kein Problem. Das Wichtigste ist wirklich der Freilauf. Und das ist wirklich uneingeschränkt, ne? Ja. Nicht ein paar Stunden, sondern wirklich auch nachts, wenn er raus will. Aua. Das sollte so sein. Ich weiß nur heute alle Katzen mit den Fingern. Ich habe noch ein paar Pflaster für dich da. So, jetzt wird ich ja weitergeschmust. Infos, wir haben zu Text auch alles gesagt, ne? Ist eigentlich auch das Wichtigste, muss man ja wirklich sagen. Einzelkatze, kann nicht schief gehen. Infos zu Text, wie zu allen anderen Katzen, gibt es natürlich direkt bei uns. Den muss man wirklich mal in Natur erleben. Großartig. Schnurren. So laut am Schnurren. Textinfos bei uns im Tierheim. Das war schon fast die Katzenvermittlung. Noch den Hinweis auf den 20.12. für die Zuschauer, die uns auf H1 sehen. Da gibt es die nächste Kochsendung, Tierheim TV, Koch Vegan, ab 20 Uhr. Und am 27.12. unsere Silvester-Ausgabe von Tierheim TV. Ab 20.15. bis 21.15 Uhr. Und du möchtest auch noch einen Termin loswerden. Ich glaube, den 30.11. liegt dir am Herzen. Liegt mir ganz doll am Herzen. Also am 30.11. unbedingt zu unserem Weihnachtsbasar kommen. Und die schöne Kuschelkissen für Katzen. Da hat sich Mali's wieder viel Mühe gegeben. Ich habe sie schon sehen dürfen. Ja, und auch sonst tolle Weihnachtsideen. Und auch ein Flohmarkt. Die Jugendgruppe hat irre viel gebastelt. Ja, unbedingt vorbeikommen. 30.11. ab 11 Uhr. Das war's. Wir sehen uns nächsten Monat wieder. Bis denn. Wir schmudeln noch ein bisschen mit dem Text. Tschüss. Tschüss. Oh, du bist ein süßer Mausebär. Oh. Das war's. Bis dann. Bis dann. bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.